Hey, zieht eure Trikots an! Ja, Glückwunsch an die Maria Conigunda Grundschule zum Sieg. Ich denke mal, ihr habt das völlig verdient gemacht, ich habe es ja mitverfolgt und ich habe gesehen, wie ihr den Pokal hochgehalten habt zu den Fans und ich hoffe, es war ein großes Erlebnis für euch. Auf ein neues im nächsten Jahr hoffentlich und da übernehme ich gerne wieder die Patenschaft und auf ein baldiges Wiedersehen hier an der Hafenstraße, euer Leon Binder. Holt uns den Pokal ganz groß! Haus, hallo! Ich bin ja. Bis zum nächsten Mal.